Es ist aber natürlich auch... Seid ihr, ne? Ja. Ja. Äh... 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 Und dann kommt es natürlich auch daran, wie die Taten ausgeschübt sind, wie viel Arbeit und wie viele Stunden da drinnen stecken. Also ich denke, dass das auch ein bisschen Banktreiben auch in der Maschine reichen und auch welche Materialien wir verwenden. Und wenn wir da doch irgendwo einen Einfallerenstock, einen Baumwolldruck nehmen, ist ja mit Sicherheit wesentlich günstiger, als wenn wir eine große Festlandstracht auf Seide haben. Sagen Sie noch ein paar Worte zu Kultracht. Äh... Ja, das war natürlich auch ein bisschen ein Grund, dass wir überlegt haben, wie können wir, äh... Ähm... noch so etwas dazwischen irgendwo finden. Zwischen diesen Discounter-Dirndln, die auf dem Markt sind, und der doch sehr wertvollen und äh... tollen, maßgeschneiderten Tracht. Dass es da noch etwas gibt, wie eine Maßkonfektion. Und das, äh... äh... sind wir eigentlich auf Protracht auf dieses Label gekommen, äh... dass wir hier, äh... Modelle entwickeln, ähm... die den Anforderungen von heute entsprechen, die aber, sagen wir mal, sich schon auch, äh... in Farben, in Stoffqualitäten unterscheiden, aber, äh... ja, Preisgefüge zwischen diesen beiden liegen. Manche sagen da auch immer noch, es ist viel zu teuer, aber, äh...